Du verglühst wie ein Komet. Und du merkst das gar nicht, aber du findest es noch schön, weil du hast Glanz und Glorie. Glanz und Glorie bist du. Heroin ist out und Doping scheint tatsächlich die Droge des 21. Jahrhundert zu sein. Ich meine, jemand, der vielleicht zwei Jahre trainieren will, bis er so einen Körper hat, dann so lange im Besticht nicht war. Eines der Wirkungen, speziell bei Männern, ist es, dass es zur Schrumpfung der Hoden kommt. Das sind sehr gut organisierte kriminelle Netzwerke. Das sind richtige Firmen, illegale Firmen. Für mich persönlich ist der Missbrauch von Medikamenten im Freizeitsport ein deutlich größeres gesellschaftliches Problem als das klassische Feld des Dopings. Im September 2010 landet in München eine Maschine aus Fernost mit verbotener Fracht, adressiert an einen Mann in Oberbayern. Ein Päckchen, auf das ein Zollbeamter aufmerksam wird. Er sieht sich die Sache genauer an. Darin versteckt sind Glasampullen mit einem verdächtigen Pulver. Es stellt sich heraus, es ist Melanothan II, ein Bräunungsmittel und Aphrodisiakum. Eine Substanz, die gerne von Bodybuildern konsumiert wird und die in Deutschland nicht in Verkehr gebracht werden darf. Trotzdem entscheiden die Beamten, der Besteller soll sein Päckchen bekommen. Denn sie glauben, sie sind auf einer heißen Spur. Die Spur führt zu diesem Mann. Er betreibt damals ein eigenes Untergrundlabor, ein Doping-Dealer, der bundesweit agiert. Und der selbst randvoll ist mit Anabolika, als er ins Visier der Ermittler gerät. Am Ende heißt es, vier Jahre Knast. Also ich würde sagen, es ist ungefähr so, du stellst dir vor, es fährt ein Formel-1-Wagen, 300 bis Anschlag und schlagert dich schraubst dann die Radl runter. Bei 300. Dann schaust du, was passiert, wenn es auf die Bremsscheibe dahin rutscht. Nach jahrelangem Extremdoping ist er plötzlich auf kaltem Entzug. Ich habe gedacht, meine Muskeln reißen ab. Mir ist dann auch im Oberschenkel ein Muskelfaser-Paket angerissen, weil die Spannung so hoch war. Ich habe mit dem Fuß nicht mehr auftreten können, weil die Fußflächen so, wie wenn du auf Nadeln trittst. Bis zu seiner Haft ist er in der Szene hoch angesehen, als einer der besten Doping-Köche. Erst produziert er nur für sich. Doch dann auch für andere. Im Keller, in seinem Labor, das die Ermittler erst finden, als er ihnen verrät, wo genau sie suchen müssen. Der Türöffner ist ein Garderobenhaken. Durch ihn öffnet sich eine geheime Magnettür. Dahinter finden die Ermittler Grundstoffe zur Herstellung von Anabolika, Tabletten und mehrere Spezialgeräte. Eigentlich war ich froh, weil der Druck viel zu hoch war und der Druck auch mir zu hoch waren ist. Ich bin natürlich jemand, der sagt, okay, Druck, musst du Gas geben. Aber ich war am Limit. Böhmers Untergrundlabor ist bei weitem nicht das einzige, das der Zoll in letzter Zeit ausgehoben hat. Alle paar Monate gibt es Razzien. Diese Asservate stammen von einem besonders spektakulären Fall. NPP, ein Rührkolben mit Magnetrührer. Dieses Labor, was wir hier haben, das ist ja nur ein Teil davon, gehört schon zu den Top-3-Laboren, das beim Zollverhandlungsamt München in den letzten fünf Jahren ausgehoben worden ist. Ein paar Utensilien und ein griffiger Markenname reichen offenbar aus, um erfolgreich zu sein. Skorpion heißt das Label, unter dem ein Mann aus Unterfranken Unmengen Anabolika produziert hat. Mit Rohstoffen aus China. Mit 200 Milligramm je Milliliter Wirkstoff. Also aus den uns zur Verfügung stehenden Beweismitteln und die Auswertung der Beweismitteln hat ergeben, dass er hier Schwunghafthandel damit getrieben hat und zwar auch international. Das Thema Dopinghandel beschäftigt die Behörden von Jahr zu Jahr mehr. Die Zahl der Zollermittlungsverfahren im Arzneimittelbereich hat drastisch zugenommen. Von weniger als 500 im Jahr 2006 auf rund 2.500 im Jahr 2014. Der Anteil der Dopingvergehen ist dabei jährlich gestiegen und macht inzwischen den Großteil aller Verfahren aus. Ein Grund dafür die erschreckend einfache Herstellung. Ein Anabolika-Untergrundlabor, man stellt sich da etwas Großes darunter vor, aber wir haben so eine Labore schon gefunden, die in einen Kleiderschrank passen. Hinter diesen Hochschulmauern lehrt Martin Hörning. Er ist nicht nur Professor, sondern auch begeisterter Kraftsportler. Mit den Themen Arzneimittelmissbrauch und Doping beschäftigt er sich seit Jahren, privat und beruflich. Hörning hat zwei Doktortitel, einen in Kommunikationswissenschaft und einen in Medizin. Ein Querdenker, der die Disziplinen verbindet. Mit den Spezialgebieten Männergesundheit und Sucht. Für mich persönlich ist der Missbrauch von Medikamenten im Freizeitsport ein deutlich größeres gesellschaftliches Problem als das klassische Feld des Dopings. Auch wenn es massenmedial die Dopingfälle immer im Vordergrund stehen. Von der Häufigkeit her und von der Bedeutung her ist, glaube ich, der Medikamentenmissbrauch von Freizeitsportlern bedeutend wichtiger. In seinen Vorlesungen will er die Studierenden genau dafür sensibilisieren. Er erzählt ihnen dabei von seinen eigenen Erfahrungen, die er vor Jahrzehnten als Medizinstudent im Fitnessstudio gemacht hat. Für mich war es damals sehr befremdlich, diese Anfragen zu bekommen, ob ich Anabolisch-Teroid oder Testosteron aus dem Krankenhaus besorgen könnte. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe davor gestanden, mehr fasziniert beobachtet, wie manche Leute sich halt entsprechend transformiert haben. Das habe ich damals gehalten für so eine Ausnahmesituation. Einige wenige, die wollen halt besondere Leistung vollbringen, wollen ihren Körper über das Normale hinaus, Maß hinaus formen. Und ich habe damals zumindest noch nicht begriffen, wie erschreckende Ausmaße das ausnehmen kann. Hörning lebt und arbeitet auf einer Burg in Nordrhein-Westfalen. Sein jüngstes Forschungsprojekt ist eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit. Das Thema Arzneimittelmissbrauch im Fitnessstudio. Dafür hat er deutschlandweit in 15 Studios Präventionsseminare durchgeführt und 300 Hobby-Bodybuilder befragt. Seine Erkenntnis, Fitnessstudios sind für ihn der Lernort für Doper und die, die es werden wollen. Denn 5 Prozent aller Fitnessstudio-Gänger haben schon Anabolika genommen. Bei 9 Millionen Mitgliedern in deutschen Studios sind das ca. 450.000 Konsumenten, vorsichtig geschätzt. Der Großteil davon sind Männer. Der Ausdruck von Körperkraft ist ja eher etwas Männliches. Das wird nicht mit Frauen assoziiert. Das entspricht, glaube ich, einem ganz alten, tief verwurzelten Bild von Männlichkeit, den heutzutage, wo ja einem Mann eine ganze Bandbreite möglicher Rollen zur Verfügung stehen, suchen viele vielleicht wieder dieses alte klassische Schema, was Sicherheit bietet, was klare Regeln bietet, was klare Wertvorstellungen bietet. Ja, dieses, die Vorstellung vom starken Mann. Man hat die Folter in den Dienst der menschlichen Schönheit gestellt. Nach der einfachen und uralten Lebensweisheit, dass Schönheit leiden muss. Die Anfänge des männlichen Muskelkults liegen in den 1950er und 60er Jahren. Damals wird Bodybuilding von den USA nach Deutschland importiert. In den 70ern machen Arnold Schwarzenegger und andere die breite Masse auf die Muskelmänner aufmerksam. Bodybuilding erlebt eine Hochphase, besonders in den 80er Jahren. Und verschwindet dann wieder in der Nische. Seit einigen Jahren aber feiert der Kraftsport ein Comeback in neuem Gewand, befeuert durch die sozialen Medien. Mit eigenen YouTube-Kanälen dokumentieren die neuen Fitnessstars ihre Körpertransformation. Vom Hemd zum Held in kürzester Zeit. Ein Trend wie gemacht für ein Zeitalter der Selbstdarstellung und Selbstoptimierung. Für eine Zeit, in der Aussehen so wichtig ist wie selten zuvor. Und in der immer mehr Menschen nachhelfen. Sommerzeit. Hochsaison für nackte Haut, für Körperkult und Muskeln. Und für Anabolikamissbrauch. Oft sind es gerade nicht die Extremmuskelprotze. Oft sind es junge Menschen, bei denen man Doping auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde. Wie bei Manuel zum Beispiel, einem Münchner Studenten. Ich sag mal, eine ähnliche Situation ist es wie mit einer Sonnenbank. Du gehst dorthin, um schöner auszusehen. Und genauso ist es mit einem Fitnessstudio auch. Wenn du Anfang 20 bist, dann denkst du nicht groß über Gesundheit nach. Sondern du möchtest einfach schöner aussehen. Und das war auch ein Grund, weshalb ich das genommen habe. Er nahm sich von Beginn an vor, die Tabletten nach drei Monaten wieder abzusetzen. Doch das war schwerer als gedacht. Man hat sich eben optisch an den Anblick gewöhnt. Und das ist, würde ich sagen, das größte Problem. Wenn man jetzt keine Nebenwirkungen anderweitig erfährt, dass man eben damit dann wieder klarkommen muss. Also über die Nebenwirkungen, da ist man sich schon bewusst. So diese Sachen wie Leberschädigung, da weiß man schon drüber Bescheid. Ich habe kein Alkohol getrunken. Und es gibt andere, die gehen wöchentlich in Kneipen, Freitag, Samstag. Und da habe ich mir gesagt, das schädigt auch die Leber. Und ich habe da jetzt kein so großes Risiko drin gesehen. Manuels Argumentation, ein Klassiker. Die Legitimationsstrategie ist, dass die Leute sagen, hey, im Vergleich zum normalen bundesdeutschen Mann, ich rauche sehr wenig, trinke nicht, achte auf meine Ernährung, treibe Sport. Alles zusammengenommen, lebe ich viel, viel gesünder, als der Durchschnittsmann, der keinen Sport treibt. Da kann ich es mir auch leisten, anabolisch Steroide zu nehmen und damit zwei, drei Kuren im Jahr zu machen. Das ist so die Legitimationsstrategie, von der viele auch glauben, das ist einfach State of the Art. Und alles andere, was da nicht reinpasst, wird ausgeklammert und verdrängt. Der Rechtsmediziner Andreas Büttner ist Experte für die Langzeitfolgen von Drogen und Dopingmissbrauch. Mittlerweile leitet er die Pathologie in Rostock, doch regelmäßig kommt er an seine alte Wirkungsstätte in München zurück. Dort hat er Anabolikakonsumenten obduziert und festgestellt, die Substanzen lassen den Körper früher altern. Deshalb sehen die Organe oft aus wie die von wesentlich älteren Menschen. Das heißt, bei entsprechendem längerem Konsum oder auch entsprechenden Auswirkungen kommt es dann zu kleinen Infarkten. Sie sehen hier diese kleinen Löcher in der Gehirnsubstanz. Das sind kleinere Infarkte, die hervorgerufen wurden, weil die Gefäße durch diese Kalkablagerung verengt wurden. Damit kommt es dann letztendlich zum Untergang von Hirngewebe. Das ist jetzt ein kleiner Infarkt, aber es kann natürlich auch so sein, dass das Gehirn entsprechend im größeren Areal geschädigt wurde und damit der Patient oder auch die Person, die diese Substanzen langjährig genommen hat, dann verstirbt. Außerdem hat Büttner beobachtet, dass viele der muskelbepackten Doper auf seinem Seziertisch genau das eingebüßt hatten, was sie nach außen verkörpern wollten, ihre Männlichkeit. Eines der Wirkungen, speziell bei Männern, ist es, dass es zur Schrumpfung der Hoden kommt. Sie sehen hier einen normalen Hoden eines gesunden, jungen Mannes, einfach als Vergleich. Und hierzu den Hoden eines Mannes, der jahrelang Anabolika konsumiert hat. Also durchaus beachtlich, wenn Sie schauen, dass das natürlich entsprechende Potenzstörungen hervorrufen kann, liegt meines Erachtens ja auf der Hand. Im Ruhrgebiet lebt Jörg Börjesson. Auch er wollte Stärke und Männlichkeit. In einem Ortsteil, der zu Braunkohlezeiten ein Innenviertel war, hat er mit dem Kraftsport begonnen. Und etwas getan, das er heute bereut. Wenn er hier lang geht, ist es wie eine Begegnung mit der Vergangenheit. Also es war ein großer Abschnitt in meinem Leben, wo ich damals hier angefangen habe mit dem Training. Also Mitte 80er Jahre hat dann dieses Fitnessstudio aufgemacht. Und oben sieht man richtig den Umkleiderraum, wo die Beschriftung ist von dem Fenster. Das ist der Raum, wo ich auch meine ersten Doppelmittel dann auch bekommen habe von dem Dealer. Das Ruhrgebiet in den 80ern, eine Hochburg des Fitnessbooms. Bilder aus dem Studio, in dem Jörg Börjesson trainiert und sich auf seine ersten Meisterschaften vorbereitet. Dieses Fitnessstudio hat eingeschlagen wie eine Bombe hier im Umkreis. Und nach einem jährigen Bestehen war dann eben halt unser Idol, den wir alle kannten, aus den Fitnesszeitschriften eingeladen. Und nach seinem Training und Ernährungsseminar, also über Doping wurde überhaupt gar nicht gesprochen, hat man sich dann im Umkleiderraum zusammen dann gefunden. Und aus der Trainingstasche heraus habe ich dann die ersten kleinen Pillen bekommen. Hier, versuch mal. Ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken gemacht, dass die irgendwie einen körperlich schädigen können. Anders als in seiner Jugend, als er sich schwach und wie ein Außenseiter fühlte, als er wegen seines Asthmas in keiner Sportart mithalten konnte, ist Börjesson beim Bodybuilding ganz vorn dabei. Ich hätte wirklich gedacht, dass ich so eine Pistolenkugel hätte irgendwie abhalten können. Also man hat sich wirklich unverletzlich irgendwo gefühlt. Man kann alles erreichen. Und das kann mir keiner mehr nehmen. Und alles andere, wie es dazu gekommen ist, ist verdrängt worden. Ob es die Schmerzen waren, was mit dem Training zu tun hat, ob es die Dealertreffen waren, das wurde alles verdrängt. Jahrelang konsumiert er exzessiv Dopingmittel, einen ganzen Medikamenten-Cocktail. Über die Nebenwirkungen denkt er erst nach, als er eines Tages beim Training im Studio seine Grenzen überschreitet. Ich hatte ja schon Tage vorher starke Kopfschmerzen gehabt. Und bei den letzten zwei, drei Wiederholungen habe ich dann richtig so einen Blutschuss aus der Nase bekommen. So richtig wie so eine Fontäne ist mir richtig das Blut so rausgeschossen. Und das war so der erste Moment gewesen, wo ich mir gesagt habe, das stimmt irgendwas nicht. Ein erstes Warnsignal und der Auftakt einer langen Krankengeschichte. Damals lebt er fast direkt neben dem Studio, noch mit Frau und Kindern. Sie erleben seinen Verfall hautnah mit. Schwere Depressionen, heftige Schmerzen. Und das Schlimmste, der Männlichkeitsschub schlägt ins Gegenteil. Ja, es ist jetzt über 16 Jahre her. Ich weiß immer noch ganz genau, wo mein Sohn vor mir stand und hat zu mir gesagt, Papa, bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Wenig später liegt er auf dem OP-Tisch. Gynäkomastie heißt die Krankheit, bei der Testosteron in weibliche Hormone umgewandelt wird. Die Folge wucherndes Brustgewebe, das nur durch eine Operation entfernt werden kann. Die Risiken sind enorm. Und trotzdem boomt das Geschäft mit Muskeln und mit Dopingmitteln. Eine wichtige Rolle dabei spielen Fitnessstudios. Das gilt besonders für die großen Ketten, zum Beispiel für den Marktführer McFit, mit bundesweit mehr als einer Million Mitgliedern. Telefoninterview mit einem ehemaligen Mitglied der Führungsebene. Der Mann will anonym bleiben. Er sagt, bei McFit ist das Thema Doping omnipräsent. Ich habe den Reinigungskräften die klare Anweisung gegeben, passt auf, wenn ihr die Mülleimer ausleert. Wenn die voll sind mit Papier und man drückt was runter, dann nicht mit der Hand, sondern mit einem Gegenstand. Weil es kann natürlich immer mal sein, dass da jemand eine Spritze reingeschmissen hat. Auch vor den Studios findet man Spritzen. Der Mann sagt, die Bedingungen für Dopinghändler und Konsumenten seien bei McFit geradezu ideal. Die Studios haben 24 Stunden offen. Und Trainer sind nur von morgens um 8 bis abends um 10 Uhr da. Somit ist man dann alleine oder nur mit ganz wenigen Leuten im Studio und kann dann wirklich fast machen, was man will. Und von den Gerätschaften, die McFit stellt, die haben ja Handeln mit 50 Kilo. Das zieht dann auch eine Klientel an, die wirklich über ihre Grenzen weiter hinaus trainieren möchte. Viele Leute konsumieren da was. Die großen Studios schweigen das Thema meist tot. Diese Erfahrung hat Professor Martin Hörning gemacht, als er seine Doping-Studie im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums vorbereitet hat. Ich habe die drei größten Ketten in Deutschland angeschrieben. Antwort habe ich nur von McFit erhalten, die sich auf der unteren Ebene sehr interessiert gezeigt haben an diesem Konzept. Aber nach einer kurzen Nachdenkphase, so wurde mir telefonisch berichtet, habe sich das Marketing dann doch eher dagegen entschieden. Wurde Hörnings Präventionsseminar abgelehnt, weil es nicht zum Geschäftsmodell passt? McFit will sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Der Konzern teilt allerdings mit, man arbeite inzwischen selbst an einem Präventionsprogramm. Im Herbst soll es vorgestellt werden. Das ist längst überfällig, denn bei McFit gibt es offenbar schon länger ein Doping-Problem. Der ehemalige Untergrund-Laborbetreiber Markus Böhmer zum Beispiel hat vor seiner Verhaftung im Jahr 2011 Anabolika in und vor einem McFit-Studio verkauft. So steht es im Urteil. Heute hat er den Dopingmitteln abgeschworen, sagt er. Seit er auf Anabolika verzichtet, hat sich sein Training verändert. Heute habe ich trainiert mit 180 Kilo drei Wiederholungen. Da ist der Simon dahinter gestanden als Sicherheit. Früher habe ich trainiert mit 280 Kilo 14 Wiederholungen alleine. Also wir reden da schon von einem Unterschied. Und ich habe maximale mit 360 Kilo gemacht, auch alleine, weil im Kopf klar war, geht oder geht halt nicht. Aber egal, machen wir. Seine Kraft ist weniger geworden. Und er ist froh darüber. Denn früher war er stärker, als sein Körper aushalten konnte. Im glühenden Zustand verglüht so einiges. Aber du bist so unter Strom, so unter Adrenalin, dass du weiterziehst. Du machst deinen Satz fertig, obwohl die Schulter nicht mehr da ist, wo sie hingehört. Und dann ist natürlich mehrer kaputt. Dann ist dein Bizeps nicht kaputt, Rotator, manche hätte zerfetzt. Dann wird die ganze Schulter aufgeschnitten, die wird aufgeklappt. Dann wird in fünf Stunden Operation halt nochmal versucht zu reparieren, was zu reparieren ist. Und eigentlich bist du Gruppe. Doch damals machte er trotzdem weiter. Bremsen konnten ihn erst die Ermittler. Der Handel mit illegalen Dopingmitteln nimmt immer größere Ausmaße an. Deshalb wurde in München 2009 eine eigene Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegründet, die sich hauptsächlich mit Dopingdelikten befasst. Mehr als 700 Urteile gab es seit Gründung der Einheit. Fast immer geht es um den Breitensport. Grundlage für die Arbeit der Ermittler ist das neue Anti-Doping-Gesetz, das seit Ende letzten Jahres in Kraft ist. Dieses Gesetz verbietet, Dopingmittel herzustellen, damit Handel zu treiben, diese in Verkehr zu bringen oder zu verschreiben. Außerdem unter Strafe, Dopingmittel in nicht geringer Menge zu besitzen. Das ist hier bei der Staatsanwaltschaft München 1 so, dass diese Verfahren in einer Abteilung angesiedelt wurden, die sich unter anderem auch mit der organisierten Kriminalität befasst. Das heißt, da bestehen besondere Erfahrungswerte, insbesondere bei gewissen Organisationsstrukturen, wie man hier ermitteln kann, mit Ermittlungsmaßnahmen im Bereich der Telekommunikationsüberwachung. Und es gibt einfach auch im Dopingbereich Strukturen, Organisationsstrukturen, die gerade diese Ermittlungsmaßnahmen erforderlich machen. Das illegale Geschäft ist offenbar hochattraktiv. Die Gewinnspannen sind enorm, wie eine Beispielrechnung des Zolls zeigt. Mit Testosterongrundstoff für 200 Euro und Zubehör für 300 Euro lassen sich 500 Ampullen herstellen. Bei einem Verkaufspreis von je 40 Euro macht das 20.000 Euro Umsatz. Nach Abzug der Kosten von 500 Euro bleiben 19.500 Euro Gewinn. Eine Spanne, die höher ist als beim Drogenhandel. Doch die Dopingmittel kommen nicht nur aus Untergrundlaboren. In der serbischen Hauptstadt hat eine Firma ihren Sitz, deren Produkte den Schwarzmarkt in Deutschland geradezu fluten, sagen Insider. Galenica, früher ein jugoslawischer Staatskonzern, heute ein marodes Unternehmen, hochverschuldet, von Korruptionsskandalen gebeutelt. Galenica ist Hersteller dieser kleinen Glasampullen. Der Name des Produkts Testosterondepot. Inhalt 1 ml Flüssigkeit mit 250 mg Testosteron. Rund eine halbe Million Ampullen stellt Galenica pro Jahr her. Testosteron, das auch in Serbien rezeptpflichtig ist. Was mit den Produkten geschieht, sobald sie die Fabrik verlassen haben, sagt die Produktionsleiterin, sei nicht Sache des Unternehmens. Man mache aber klar, wofür das Präparat nicht eingesetzt werden soll. In der Packungsbeilage von Testosterondepot steht ausdrücklich, dass dieses Arzneimittel weder für den Aufbau der Muskelmasse noch für die Verbesserung der körperlichen Fähigkeiten bei gesunden Menschen gedacht ist. In der Beschreibung ist auch angeführt, dass Testosterondepot als aktive Substanz zu positiven Testergebnissen bei Dopingmessungen bei Sportlern führen kann. Wie kommt es, dass so viele dieser Ampullen auf dem deutschen Schwarzmarkt landen? Er ist mit dafür zuständig, genau das zu verhindern. Pavle Celic von der serbischen Agentur für Arzneimittelsicherheit. Er ist ständig in Kontakt mit dem Zoll und Ermittlern, nicht nur in Serbien, auch im Ausland, um den Pharma-Schmuggel über die Balkanroute einzudämmen. Das ist ein großes Problem, denn das sind sehr gut organisierte kriminelle Netzwerke. Das sind richtige Firmen, illegale Firmen. Firmen, die alle Mittel haben, Produkte von einem Ort zum anderen zu bringen, Käufer zu finden und dafür Werbung zu machen. Das kommt auch im Lkw-Verkehr. Das schmeißt sich ein Lkw-Fahrer in sein Führerhaus mit rein und packt dann einfach mal die entsprechende Anzahl mit dort aus, wo er sowieso entlebt. Das funktioniert genauso wie im Zigarettenschmuggelgeschäft. Jetzt kann man da die Schmuggelmethoden, die Schmuggelwege und auch der Vertrieb hier an die Reseller funktioniert ähnlich wie beim Zigarettenschmuggel. Die serbisch-ungarische Grenze, rund drei Autostunden von Belgrad entfernt. Wenn die Zöllner hier die Dopingmittel nicht finden, dann findet sie in der Regel niemand mehr. Wegen des freien Warenverkehrs in der EU gelangen die Präparate dann ohne Probleme nach Deutschland. Doch wie kommen die Präparate überhaupt in den illegalen Kreislauf? Apotheken sollen dabei eine wichtige Rolle spielen, heißt es aus den serbischen Behörden. Darauf deutet auch ein Video eines Kontaktmannes, das unter Zeugen in Belgrad gedreht wurde. Guten Tag, wissen Sie, wo ich Testosterondepo bekommen könnte? Warten Sie mal, ich werde gleich mal checken, ob es in einer unserer Filialen vorrätig ist. Hallo, Ivana hier. Habt ihr noch Testosterondepo? Ja, haben Sie. Kann ich es ohne Rezept bekommen? Ja. Geht es wirklich so einfach? Das ist die zweite Filiale. Und tatsächlich, hier gibt es Testosteron ohne Rezept. 3412 Dinar, umgerechnet rund 28 Euro. Für 12 Ampullen Galenica. So einfach gelangt Testosteron, das auch in Serbien ein rezeptpflichtiges Arzneimittel ist, in den illegalen Kreislauf. In kleinen Mengen und offenbar auch im großen Stil. Denn Kriminelle kaufen die Dopingmittel in verschiedenen Apotheken zusammen, heißt es aus Behördenkreisen. Im sächsischen Kreischer sitzt eines von bundesweit zwei Dopinglaboren, die von der internationalen Anti-Doping-Agentur WADA akkreditiert sind. Das heißt, dort werden Dopingproben von Spitzensportlern analysiert. Doch seit einigen Jahren wird eine andere Aufgabe immer wichtiger. Die Analyse der Präparate, die Zoll- und Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland beschlagnahmen. Tausende Tabletten, Pulver und Flüssigkeiten haben die Chemiker in den vergangenen Jahren analysiert und festgestellt, bei der Hälfte der Dopingmittel ist nicht das drin, was draufsteht. Im Schwarzwackbereich ist also die Fälschungsquote erschreckend hoch, so bei 40 bis 50 Prozent, wobei Fälschung also alles Mögliche sein kann. Typischerweise sind andere Wirkstoffe in den deklarierten Präparaten enthalten. Zusätzliche, also Cocktails an Wirkstoffen, statt eines einzelnen Wirkstoffes findet man relativ häufig. Außerdem sind die Wirkstoffdosierungen oft viel niedriger oder viel höher als auf der Packung angegeben. Das ist gefährlich für Konsumenten, die sich meistens genaue Dopingpläne überlegen, um die Nebenwirkungen kontrollieren zu können. In dem Moment, wo das gefälscht ist und wo man eigentlich ganz andere Wirkstoffe in der Hand hält, als die mutabmaßlich dort deklarierten, dann brechen natürlich diese Überlegungen alle in sich zusammen. Wie gefährlich der Missbrauch von Dopingmitteln ist, zeigt sich bei der Obduktion von langjährigen Anabolika-Konsumenten. Sie haben hier einen ganz frischen Herzinfarkt, zum Beispiel infolge eines Verschlusses dieser Herzkranzschlagadern, der so ausgedehnt ist, dass er die Wand durchbrochen hat und nach außen in den Herzbeutel praktisch, wir nennen das rupturiert, also eingebrochen ist. Das war zum Beispiel ein Anabolika-Fall, das war ein 45-jähriger Mann, wo man sagen muss, das ist natürlich schon ein ungewöhnlich großer Befund und auch ein dramatischer Befund, der dann zum plötzlichen Herztod geführt hat. Es ist ein tragisches Schicksal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Behandlung hätten ja ein wunderbares Leben vor sich gehabt, alle Möglichkeiten wären offengestanden, das ist sicherlich oftmals dann tragisch, auch als Rechtsmediziner so etwas zu sehen. Auch Jahre nach seiner Brustoperation lässt Jörg Börjesson das Thema nicht los. Heute kämpft er als Anti-Doping-Aktivist für einen sauberen Sport auch im Hobbybereich. Mit bescheidenen Mitteln hat er in seiner Wohnung einen Präventionsraum eingerichtet. Das habe ich in den ersten Jahren auch gemerkt, wo ich in den Schulen aktiv war, dass es auch natürlich eine gewisse Art Aufarbeitung für mich selber auch ist. Ganz klar, um das alles auch mal loszuwerden, was mir da so passiert ist. Dass er dann hier auch, dass ich mir das direkt mal angucken kann, ob du das auch vernünftig machst. Versuch mal bitte. Zu Börjesson kommen immer wieder Jugendliche, die er bei seinen Aufklärungsveranstaltungen in Jugendtreffs, in Schulen oder auch bei Facebook kennenlernt. Ich meine, jemand, der vielleicht zwei Jahre alt trainieren will, bis er so einen Körper hat, dann so lange möchte ich nicht warten. Dass er trotzdem zu Börjesson kommt, liegt an dessen Glaubwürdigkeit, sagt der junge Mann. Wenn ich drüber reden würde, dann würde ich nur mit den Jagdern drüber reden, weil ich weiß, dass das auch im Raum bleibt mit dem Arzt. Der wird mir einfach nur Sachen sagen, die mich gar nicht interessieren. Ich weiß ja schon so vieles. Und das würde er mit Ernung wiederholen. Und das würde ich mir nicht anhören. Zeugungsunfähig. Das kann natürlich auch passieren. Börjesson kennt die Denkmuster der Jugendlichen aus eigener Erfahrung. Gerade deswegen hofft er, sie doch noch von ihrem Weg abbringen zu können. Dass die Sehnen und so weiter alles überlastet wird, das kann eben dann auch durch diese Dopingmittel, durch diese Adabolika eben halt passieren. Ich würde jedenfalls Respekt von anderen kriegen. Ich würde auch Respekt von mir selber haben. Und ich würde mich auf jeden Fall besser damit fühlen. Bei seiner Arbeit merkt Börjesson immer wieder, dass es viel zu wenig Angebote für solche Jugendliche gibt. Die Struktur von Prävention ist alles nur auf diese klassischen Drogen gesetzt, was mit Alkohol und Marihuana, Haschisch und so weiter zu tun hat. Aber die Drogeleistungssteigernde Mittel, das scheint wirklich so zu sein, dass es die Droge des 21. Jahrhunderts ist. Also Heroin ist out und Doping scheint tatsächlich die Droge des 21. Jahrhunderts zu sein. Das ist auch ihm bewusst geworden, als er im Gefängnis saß, dem ehemaligen Untergrund-Laborbetreiber Markus Böhmer. Er hat in dieser Zeit ein Buch geschrieben, das er gerade überarbeitet und bald veröffentlichen will. Beim Schreiben ist er damals immer wieder über sich selbst erschrocken. Du legst die Worte offen, du liest deine Worte. Deshalb habe ich es aufgeschrieben und habe es immer am zweiten oder dritten Tag dann nochmal gelesen. Und ich meinte, okay Junge, also irgendwie krank. Einfach wirklich, es ist krank. Es hat nicht damit was zu tun, dass das, kannst du nicht mehr rechtfertigen. Also liest du das und wer ist eine andere Person? Völlig krank. Das Hinterhältige am Doping-Missbrauch ist, dass man den körperlichen Verfall von außen lange nicht bemerkt. Anders als zum Beispiel bei der Modedroge Crystal Meth. Es ist eine beinharte Sucht aus dem leistungsbetonten Gefühl heraus. Dir gefällt dieses Gefühl, dir gefällt dein Bild im Spiegel drin. Also schaust du diese Messkandidaten an, nimmst du Mess, dann wird dir gesagt, dein Körper verfault. Du siehst Bilder, wo alles kaputt geht, Haut platzt auf, Zähne verlierst du. Schau dir ein Bodybuilder an. Ein Bodybuilder kann innen drin komplett kaputt sein, Leber kaputt, Niere kaputt, kann alles kaputt sein. Das äußere Bild. Das Hammer. Du schaust super aus. Wir wollen ja leistungsfähig sein, weil wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft. Und was schaut denn besser aus, als leistungsfähig, wenn du ein Athlet bist? Heute weiß er, Dopingmittel können wie Drogen sein. Mit gesundheitlichen Schäden, mit Abhängigkeit. Psychisch, aber auch körperlich. Auch bei Testosteron gibt es durchaus Absetzprobleme. Das heißt also, wenn jemand mit einer Kur aufhört, mit Testosteron, Anabolin, Steroiden, ist der körpereigenen Hormonhaushalt am Boden. Wenn nichts entsprechendes getan wird, dann fallen diese Männer eigentlich in ein absolutes Hormonloch, haben direkt nach der Kur den Hormonspiegel eines frisch geborenen männlichen Säuglings und stürzen also auch psychisch in ein Riesenloch. Dopingmissbrauch ist in vielen Ländern Europas ein ernsthaftes gesellschaftliches Problem. Mit tragischen Einzelschicksalen und mit Langzeitfolgen, die hohe Kosten für das Gesundheitssystem verursachen können. Was lässt sich dagegen tun, ohne die Konsumenten zu kriminalisieren? Im Nachbarland Dänemark hat man einen Weg gefunden. Dort fahren Kontrolleure der staatlichen Anti-Doping-Agentur wie Jakob Talarufus jedes Jahr tausende Kilometer, um Studios im ganzen Land zu kontrollieren und zu beraten. Wir fahren zu einem Fitnessstudio und ich werde mit dem Personal reden. Wahrscheinlich mit jemandem am Empfang oder einem Manager, ob sie irgendwelche Herausforderungen haben oder ob es etwas gibt, bei dem wir helfen sollen. Danach werde ich mir das Studio ansehen und schauen, ob dort Mitglieder sind, die möglicherweise dopen. An diesem Tag steht ein Studio in Kopenhagen auf seinem Plan. Bei seinen Besuchen hat er diese Tasche dabei, mit Urinbechern und einem Test-Set. Wir halten besonders nach Mitgliedern Ausschau, die unnatürlich gut gebaut sind. Wir schauen, ob diese unreine Haut und einen kräftigen Muskel hier im Nacken haben. Wenn der sehr stark ist, kann es gut sein, dass die Person Dopingmittel nimmt. Das Fitnesscenter gehört zu einer großen Kette. Wie die meisten Studios in Dänemark hat es einen Aufkleber an der Türe mit einem ganz bestimmten Zeichen. Das ist ein Smiley. Es ist gesetzlich geregelt in Dänemark, dass Fitnesscenter, die mit uns zusammenarbeiten, einen lachenden Smiley an der Tür haben. Studios, die nicht mit uns zusammenarbeiten, bekommen einen traurigen Smiley. Bei jedem Besuch führt der Anti-Doping-Berater ein Gespräch mit den Mitarbeitern. Er fragt, ob sie in letzter Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Er erklärt ihnen, wie man Doper und Dealer erkennt und lässt seine Kontaktdaten da. Dann der Rundgang durch das Studio. Er ist zufrieden. Heute keine Mitglieder mit unnatürlichen Muskelbergen. Keine Dopingkontrolle nötig. Vollkommen natürliche junge Menschen. Das Gute am dänischen System, jeder kann erkennen, welche Studios Doping tolerieren und welche nicht. Das schafft Anreize für Fitnesscenter, ihr Image durch Null-Toleranz zu verbessern. Das hilft z.B. Eltern zu entscheiden, wo ihre Kinder trainieren dürfen. Und was tut die Politik in Deutschland? Das ist nicht leicht herauszufinden. Eigentlich erweckt die Website der Drogenbeauftragten der Bundesregierung den Eindruck, sie sei für das Thema Doping im Breitensport zuständig. Doch die CSU-Politikerin Marlene Mordler will dazu kein Interview geben. Sie lässt ausrichten, das Thema sei vermutlich Sache des Bundesinnenministeriums. Aus dem Haus von Thomas de Maizière wiederum heißt es, man fördere den Spitzensport. Für Breitensport sei man der falsche Ansprechpartner. Möglicherweise könnten die Sportminister der Länder dazu Auskunft geben. In Bayern ist Innenminister Joachim Herrmann auch für Sport zuständig. Er räumt ein, bisher liegt das Augenmerk beim Thema Doping fast ausschließlich auf dem Spitzensport. Beim Breitensport hat die Politik Nachholbedarf. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir selber noch nicht ganz sicher bin darüber, wie die Situation wirklich ist. Die Zahl der bislang festgestellten Fälle hält sich in Grenzen, ist auch nicht stark gestiegen in den letzten Jahren. Trotzdem glaube ich, dass keiner von uns eine echte Einschätzung abgeben kann, wie groß die Dunkelziffer ist, wie viel da womöglich schon im Markt unterwegs ist, aber bislang noch überhaupt nicht entdeckt ist. Denn letztendlich haben sich bislang um das Thema Doping, Anabolika im Breitensport, insgesamt in der ganz normalen Bevölkerung, außerhalb des Spitzensports, eher kaum jemand gekümmert. Dabei müsste der Politik längst bekannt sein, dass das Problem erheblich ist. Hunderte Urteile, tausende Verfahren und knapp eine halbe Million Doper in Fitnessstudios, wie eine von der Bundesregierung finanzierte Studie hochrechnet. Die Alarmsignale müssten eigentlich reichen. Immerhin im Innenministerium gibt es derzeit Überlegungen, für das Thema eine sogenannte Schwerpunktkriminalermittlungsstelle einzurichten. Entscheidend ist letztendlich immer, was dahinter steht, nämlich hier die kriminelle Geschäftemacherei der Lieferanten. Und das muss auch immer wieder deutlich werden, es geht nicht darum, den einzelnen Nutzer zu kriminalisieren, sondern es geht darum, dass in aller Regel andere hier kriminelle Geschäfte machen wollen. Und denen müssen wir auf die Spur kommen. Wird das Thema von der Politik unterschätzt? Wenn etwas getan wird, dann jedenfalls fast ausschließlich auf Seiten der Strafverfolgung. Präventionsangebote oder Suchtberatung für Dopingabhängige gibt es bisher so gut wie keine. Ich halte es für eine Wahrnehmungsstörung. Man weigert sich zur Kenntnis zu nehmen, welche Folgen das hat. Und deshalb glaubt man, es noch aussitzen zu können. Aber das ist natürlich das Problem der Langzeitwirkungen. Die werden natürlich nicht nur biologisch und biochemisch, sondern dann auch politisch und finanziell auf lange Frist umso verheerender werden. In Dänemark dagegen gab es vor einigen Jahren einen Sinneswandel. Michael Ask ist ein ehemaliger Polizist, spezialisiert auf internationale organisierte Kriminalität. Heute leitet er die dänische Anti-Doping-Behörde. Auch die war lange Zeit nur für Spitzensportler zuständig. Ich denke, man muss zehn Jahre zurückblicken, als unser damaliger Kulturminister, der auch für Sport zuständig ist, den politischen Willen bei allen Parteien organisiert hat, das Thema Doping als ernstes Problem für die gesamte Gesellschaft zu behandeln. Das ist seitdem die Haltung. Egal, ob die Regierung von Zeit zu Zeit wechselt, der generelle Wille, unsere Arbeit auf diesem Gebiet zu unterstützen, bleibt. 250 Proben von Fitnessstudio-Besuchern wurden in Dänemark im vergangenen Jahr ausgewertet. 70 Tests waren positiv. Weitere 70 Sportler haben die Probe verweigert. Beides zieht empfindliche Strafen nach sich. Man wird zwei Jahre gesperrt. Und zwar nicht nur für das eine Studio, sondern für alle Studios, die mit uns arbeiten. Und auch für alle Sportvereine, die in Dänemark offiziell organisiert sind. Es ist wirklich eine ernstzunehmende Strafe. In Dänemark hat man Lösungsansätze für ein Problem gefunden, das bei uns noch nicht einmal richtig erkannt wurde. Und mit dem internationale kriminelle Netzwerke ein Riesengeschäft machen. Und mit dem戰